Und Action! So, Hallöchen, liebe YouTube-Freunde, das ist das Folge-Game vom Folge-Game, vom Folge-Game. Also praktisch das dritte Game, kann man sagen. Wer ihn jetzt nicht mitgezählt hat, das ist das dritte Game. Wir wollen mal gucken, ob wir noch eins Risen können, ob wir sehen, ob dieses Game hochgeladen wird. Eben war ich, finde ich, ich habe gerade eben, in dem vorigen Spiel, war ich eben, weil ich habe ich gespielt. Ich hatte, sag mal so, meine emotionalen Turbulenzen gehabt, wie man es so schön nennt, ja. Das heißt, ich bin praktisch erst völlig geistig da gewesen in dem Game. Also in dem Game davor. Und dann war ich auf einmal geistig woanders. Dann war ich komplett geistig weg. Also, ne, so anstaltsmäßig gesehen. Und dann, dann war ich aber wieder voll da. Also, irgendwie so. Und dann war das Spiel auf einmal zu Ende. Und dazwischen, da ist irgendwas passiert. Also, da waren wir es irgendwie am Verlieren gewesen. Und auf einmal haben wir dann aber wieder nichts. Und so alles. Mehr will ich nicht verraten, weil sonst guckt euch das Video an. Ich will ja nicht spoilern und so. So, es war auf jeden Fall ein faszinierendes... Ich gehe jetzt wieder mal zu den Kollegen. Kollegen mit... Wie heißen die? Diese Butterfly-Künstler. Sogenannte Butterfly-Künstler kann man sagen. Ich gehe da mal wieder hin. So. Bin ich wieder da. Bin ich wieder da. Bibi, Bibi. Bibi und Creme. Alles ist schön. So, was wollen wir machen? Habt ihr euch dann so schon mal erotisch auf irgendwas eingestellt? Freude in Freude. Ja, wir starten jetzt das Spiel und let's go. Warte mal, nicht so hast du. Du bist ja voll aufgedreht schon wieder, Drulli. Du bist ja ganz aufgedreht schon wieder. Ich hab dir gesagt, ich bin jetzt endlich wach. Was ist mit dir? Das ist schön. Moin. Ja, ist so gut. Moin. Ja, moin, ja. So, und... Dafür wäre nicht schlecht. So, was haben wir denn noch? Wir haben Dust2 Overpass, Cobblestone, Cannabis hab ich gerade gelesen, Cannabis. Das ist gut. Wollen wir die Dust... Wer von euch beharrt denn so oft die Dust2 eigentlich? Niemand eigentlich. Ist die einzige Map, wo ich die Colts noch mitkenne. Sonst kenne ich gar keine mehr. So, wirklich. Da kennst du also alle Telefonnummern sozusagen. Da kennst du alle Telefonnummern. Ja, ungefähr. Weil da callt man so durch die Gegend, bis man alle Nummern hat. Was wollen wir aus? Cash? Ja, die Map kenne ich, aber die Colts nicht. Nein, bloß nicht auf Kacke, ey. Also Cash. Warum liefst du nicht so kacke? Pass mal auf, Leute. Gibt's denn eine Map, wo wir so alle Bock drauf hätten? Zum Beispiel, ich denke mal, Instant haben wir wirklich so... Da kann man so einheitlich sprechen, alle Bock auf Kennels, oder? Eigentlich so. Nein. Kennels, ja. Also ohne Colts leben kannst du dann ja. Colts heißt... Sonst hätte ich Cabblestone vorgeschlagen. Naja, da ist es aber ziemlich dunkel, weil da gibt's keine Beleuchtung und das alles. Das ist immer ziemlich dunkel. Ja, okay, dann spielen wir Train. Weil du die Maps so sehr liebst. Die kenne ich noch nicht, da muss ich erst ein paar Mal ein Deadmatch drauf spielen. Aber irgendwie komme ich da... Siehst du, gut, dass du sagst, ich vergesse immer wieder Train zu spielen, weil ich muss mir die erst mal psychologisch erst mal einprägen, diese Karte so, ne? Dann spielen wir Overpass, hatten wir lange nicht mehr. Mir ist egal, welche Map wir spielen. Mir auch. Ich kenne bei jeder Map fast alle Kreuz. Haben wir heute schon Inferno eigentlich gespielt? Ja doch, haben wir ja vorhin gespielt mit den Matchen, mit den Kollegen. Für mich können wir auch Inferno spielen, mir egal. Was spielen? Ja, sag was an. Inferno. Nee, nee, das Inferno hatten wir vorhin, als wir intern gespielt haben mit allen Leuten. Nee, Inferno haben wir jetzt noch Overpass, Kennels, Kabison, Cage, Train. Nee, nee, gib Cash raus, weil sonst fällt uns Trolli ran. Ach, ich spiel von mir aus auf Cash, aber... Cash? Nee, ich will dich nur ärgern. Mach doch Cash einfach mit rein, wir können da gucken, was kommt, oder? Was haltet ihr davon? Ja, das kommt. Ja. Bestimmt, ja eben... Ja, lass ich das zwei raus, wenn ihr wollt. Kein Problem. Also ich hab ehrlich gesagt nicht so'n Drang auf das. Lass doch das raus. Also die drei Maps, ja? Cage, Overpass, Kabison. Warte mal, warte mal. Geil, 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 geil. Was ist mit Candlesfield? Candlesfield? Candlesfield. Ich mag halt Candles rein, kommt eh nicht los. Okay, wow. Sag das nicht, das ist schon gekommen, ne? Ich weiß. Ich glaub, es wird Cage. Ich sage Candles. So, wer sagt denn noch? Ihr wollt mich nur alle ärgern. Ich sage Candles. Ich hoffe, Overpass, ich hoffe einfach Overpass, bitte. Candles. Ich mach keine Magie, okay? Aber ich drück die Daumen, ich mach keine Magie, aber ich drück nur die Daumen, okay? Ja, bloß nicht, das ist unfair. Okay, ich mach keine Magie, ich drück nur die Daumen. Ich mach jetzt gelbe Magie. Nein, nein, nicht. Und jetzt kommt ein Fair noch, pass auf. Ich mach nur Candles, für Candles. Jetzt kommt das zwei. Kache. Was hab ich gesagt? Oh mein Gott. Ja, ernst. Cash. Das wird witzig. War doch eigentlich klar, oder? Kann jemand von euch Cash? Ich war... Ich hab gesehen von den Calls, kenn ich die mehr. Okay. Ja, von den Calls gibt es halt viele, ne? Für einen Pose gibt es halt mehrere Varianten. Ich kenn die Karte ja auch, also so ist das nicht. Ich bin zum Beispiel, wir haben die Counter-Source-Dinger noch im Kopf, aber eigentlich von Cage, die gab es da noch gar nicht. Also ich kenn Vant. Also ich hab Cash auf jeden Fall schon oft geschwärt, also ich kenn mich da auf jeden Fall auch aus, also so ist das nicht. Das war es dann aber, glaub ich, auch. Vant, Mitte, Abweg. Ich kann da carry'n, das ist kein Problem. Ich kann da carry'n. Oh Mann, wir fangen auf der Ding-Seite an, oder? Wir fangen auf der SWAT-Seite an. Die Frage ist jetzt, ist das gut oder schlecht? Bin mir nicht ganz sicher. Wenn wir fünf Runden oder das SWAT gewinnen, sonst alles bei T's, ist gut. Willst du gewinnen? City-Seite. Weil die Map ist recht T-Lass. Das geht eigentlich. Also gewinnen auf der SWAT-Seite. Wir winnen also zehn Games auf der SWAT-Seite und dann machen wir die restlichen dann sozusagen auf der anderen. Geht was. Uff, der mag mich nicht mehr. Also machen wir es so. Oh, drei Minuten. Das hat mir nix mal ein Taxi bestanden. Da geht's schon mal. Jetzt hat er mich gesehen. Die hab ich reingelegt, Alter. Die hab ich reingelegt. Mein Game ist gecrashed. Boah, ich bin der Killer, ich bin der Killer. Ich bin die Killer. Die Killer? Ich bin die Killer. Die Killer. Oh nein, ich hab die falsche Waffe gekauft. Egal, ich schieß euch mit alles tot, Mann. Dann lauf mal. Ah, ich lauf jetzt, wenn ich eine Rentnerin mit einem Rolli, Alter. Hör mal auf jetzt hier, Mann. Mach mal nicht so einen Stress mit den ganzen Waffen hier. Das ist ja voll der Stress hier. Achtung. Also wenn man ab und zu mal seinen Knife werfen könnte, ne? Ja, das ist praktisch. Jetzt ich. Bärbel, wohin gehen gleich? Wo bist du denn, Mann? So. Guck, guck. Ach, da ist meine Waffe. Da ist der David. Einsatz. Oh, so viele. Vier Leute, Alter. Ich hab lange gelebt, Alter. Ich hab lange gelebt gegen vier Leute. Schwede, man, Alter. Ich hab gegen vier Leute gerade voll gekämpft. Das war voll Horde gerade. Wo ist das? Oh, was ist das? Als ob. Danke. Angriff. Ich hab meine Granate kaufen. Oh, der ist. Oh, war ja noch einer. Komm noch, einer, 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 einer noch, einer, einer, einer. Ja, einer haben wir doch. Ich wollte noch einen. Achso. Ich wollte auch noch einen. Dann haben wir noch einen, noch einen. Also ich mach B. Ich gehe A, ich gehe A. Mir ist es egal. Ah, ich gehe mit. Ja, dann soll ich mit B gehen, oder? Herzlichen Dank. Männlich oder weiblich? Das ist hier die Frage. Bist du männlich oder weiblich? Also ganz ehrlich? Wird A, wird A, wird A. Oh, Alter, wie lange ich gelebt habe. Die sind nicht so gut, oder? Wenn ich schon so lange leben kann, alles A leucht. Oh, ich bin gefehlt. Sei uns gut. Au. Als ob ich den nur 14 gezogen habe. Meine Güte. Ich habe ihn gar nicht getroffen. Okay. Du schießt es auf Geister, sozusagen. Achtung, Cosima hat jetzt eine Desert Eagle. Das ist jetzt verdammt gefährlich. Wenn ich jetzt so spiele wie im Deadmatch, bin ich unbesiegbar mit der Desert Eagle. Ich laufe so lang lang, ey. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich bin bestimmt, habe bestimmt Husten, oder sowas. Ich bin alleine, B. Okay. Äh, ich komme, B. Sorry. B, Steps. Einer down. B. B, Onspot einer. Wend. Wend, minus 26. A, K. Eine Onspot. Noch eine Onspot. Noch einer hinten. Einer wend. Einer wend, einer Seite. Cosi, du hast ihn gesehen? Ja, ich habe ihn gesehen. Noch eine Onspot. Er pushed inside. Easy. Wir entschärften jetzt. Gut. Hat der für mich eine schöne Waffe? Ja, danke schön. Nett von dir. Na, siehste. Nicht, dass es doch noch... ...exploriert. Gut, gut. Ich habe gerade eine kostenlose AK-47 geschenkt bekommen. Netter Terrorist. Netter Terrorist. Danke, Terrorist. Und ich habe nur eine UMP gekriegt. Ich auch. Ja, dafür kann ich ja... Oh, und für... Nein, Spaß. Leute, da müsst ihr schon ein bisschen netter zu den anderen sein. Sonst kriegt ihr von denen nichts. Mir haben sie das extra alles gebracht. Am besten nicht killen. Ja. Nicht killen lassen. Das ist auch zum Beispiel mal eine Idee. Das ist auch zum Beispiel mal eine Idee. Bleing down smoke. Mitte. 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 Achtung, Mitte. Blankanate. Boah, komm schon verschieben, wenn du willst. Du sitzt schon was getötet da? Hast mich auch noch mal aus töten. Boah, ich will auch was töten. Du hast einfach was getötet. Was war es? Es hat gelebt. Jetzt ist es tot. Hä, keine A, keiner B. Wo sind denn? Keine A, keiner B? Dann sind die C gegangen. Das weiß ich. Oder die bleiben am Spawn. Die bleiben am Spawn? Das wäre natürlich ideal. Ja, es wird einfach... B. Feuer in the hole. Echt jetzt? A oder B? Das ist hier die Frage, meine Damen und Herren. B, ich komme. Ähm... Das war... Ey, bombe down. Bombe down. Sehr schön. Bombe down. Ah, I need help you. So, okay. Was kaufe ich mir noch? Ich will Shopping machen, aber ich habe alles. Ist das nicht toll? Das ist das... Das ist das... Das Laster der Reichen. Man hat alles. Was soll man noch kaufen? Ich habe alles. So, los geht's. Bloß nicht übermietig werden, Leute, ja? Denkt man, nicht übermietig werden. Oh, Tür... Oh, Mann, ist ja voll der Einsatz hier. Smoke, Tür auf. Hier ist ja richtig was los. Das ist ja hier wie... Ah? Ja, warte kurz. Warte kurz. Ja, ja, ich dachte mir gerade so, ich schmeiß mal irgendwas. Hier zum Beispiel sowas. Bombe ist ab. Ja, noch zwei Main. Mitte, ne? Einer Mitte, der moved aber zu A. Ha, gar gewalt. War voll link, oder? Habt ihr gesehen? Ich habe gerade voll link, promäßig gespielt. War einer an der Tür? Ja, genau. Ey, ich habe gerade komplett ESL gespielt. Alle im Gabelstrappler. Links. Nein! Alles ab! Boah, danke. Der letzte Mitte, letzte Mitte. Kennt dein Kischchen. Ja, schild mal euer Leben, Mensch. Um in Jugendsprache zu sprechen. Schild mal euer Leben, so. Ja, der war gut, Leute. Ich habe gerade voll ESL gespielt. Der Bombe ist hier. Ich habe schon was gekillt, oder? Yeah. Der müsste bei dir kommen. Nee, Mitte. Highway. Könnte zu sie rüber gelaufen sein, K. Nee, ist close. Hm. Taroshini, da hast du recht, Taroshini. Nein. Oh, Mann. Traue nicht mal deiner Mutter, sage ich dir. Traue nicht mal deiner Mami. Traue niemanden. Traue niemanden, außer deinen, na? Deinen Hund, natürlich. Außer wenn er dich beißt. Das war natürlich auch wieder gemein. So, zack, zack. Ich habe alles gekauft, Leute. Ich habe alles gekauft. Let's go, Pico. Let's go. Ich wette, bitte die pushen jetzt B. Na, bei A haben sie ein bisschen abgelost, oder? Da wollt wieder was. Äh, vor A, vor A, vor A. Grenade out. Ja, A, wieder. Guter Einsatz von denen. Die sind zu zwei, einer durch die Tür, zwei über, 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 über. Nein, nein. Richtig guter Einsatz. Das war diesmal ein guter Einsatz, den sie gemacht haben. 90 und 76. Warte, 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 warte. Ich fasse es nicht. 90, da. 176. Nein, 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 nein. Nein. Ah, warum lade ich den A? Genau, Skyrim zum Beispiel, der traut nicht mal sich selber. Oh, ein Doppelkill. Ein Doppelkill, Alter. Diffuse, defuse, defuse. Das war richtig gut. Das, das gibt Orgasmus, oder? Das gibt Orgasmus. Äh, wenn du fertig defuse, der Sideway ist eine AWP. Sei ehrlich, jetzt fühlt sich wie ein Boss, oder? Jetzt fühlt man sich wie ein Boss. Doppelkill, Bombe defuse, jetzt ist man der Boss. Jetzt bin ich nass. Du bist, jetzt, jetzt, jetzt kommt. Böbel-AWP. Jetzt ist man, jetzt ist man der Boss. Einmal, einmal, okay. Hier, flieg. Hast du. Ich mach weiter auf, ich mach weiter auf Agro, okay? Ich mach weiter Agro Berlin. Ich glaub, jetzt kommen die B. So langsam merken die, dass A nichts wird. Was? A war doch, A. Wie, A, du bist jetzt immer gut gebumst, Dings. Oder nicht? Oh, A fliegt schon. Was, nicht so? A war auf A? Äh, auf B. Wollen wir B? Ich lass Mitte open. B, C, T. B. Oh, drei Stück B. Ja. Oh mein Gott, Alter, ich fass es nicht. Einer Mitte. Bomb-Carrier, der... Ich glaub, ich darf keiner im Vieh spielen, ey. Jetzt ein Bein, B, oder? Hm, cozy. Was? Du musst... B, oder? Ja. War da grad eine AK-47? Nee. Komm, das schaffst du. Eine nice side, eine nice melee side. Nee, schaff ich nicht mehr. Aber ich greif trotzdem an. Damit die Gegner eingeschüßt sind. Er war dann bitte P90. Ich wollt einfach irgendwas schmeißen. Ich mein, ich hab dafür so viel Geld ausgegeben. Es wär schade, wenn ich einfach sterbe, und es ist nix geschmissen worden. Diese Unkosten. Ich hab... Wisst ihr grad, wie viel Geld gestorben ist? Es ist unheimlich viel Geld gestorben gerade. Echo, oder was? Echo? Kannst du mir eine P250 legen? Da kommt ja wenigstens eine Echo... Was willst du haben? Eine P250. Hab schon. Okay. Wollen wir B pushen? Das kommt keiner mit B, okay? Oh, ich push mit, ich push. Ich push, ich push voll. Ich push voll rein da. Wow, haut B. Oh, geht schon los, geht schon los. Autsch, Autsch. Achso, oh. Jetzt wird zu dritt hier. Ich geh hoch. Cool. Eine Garage. Ein B, drei Leute. Toxic. Einer Minus 8, 8. Wow, B, läuft was? Und so verschwand dich wieder aus dem Nebel, aus dem ich gekommen bin. Oh, Kacke. Ein mystisches Game. Oh, Scheiße. Schade, Schock. Ich hätte das eindeutig besser spielen müssen. Was jetzt? Ich würde sagen, wir sollten auf A wieder. Die kommen A wieder bestimmt. Ne, ich denke es, ob wir kaufen oder nicht. Achso, jetzt habe ich schon gekauft. Es ist zu spät. Ich kaufe mir jetzt einfach mal eine Fernwaffe. Einfach mal so aus Bock. Just for Bock. Ich sniper jetzt mal vom WAM hier aus. Damit rechnet keiner. Oder? Ob die damit rechnen? Was meint du? B. Kommt. Ne, sag nicht. Ich bin hier extra bei A. Drei. Zwei. Kommt da einer, Mann. Ich habe extra mir so eine Fernwaffe gekauft, Mann. Wer sind sie, glaube ich. Da ist er schon. Du hast mir den geklaut. Sorry. Moment. Ach, ich wollte gerade auf Gelb schießen. Boah. Junge. Der Haft. Aua, Mann. Der hat mir von hinten Feuer gemacht. Schönes Ding. Sehr schön. Wir werden eine Awe. Warte mal, er hat von hinten Feuer gemacht? Aber... Ja, ich bin hier wohl. Gucken. Hier. Hier habt ihr was hier. Könnt ihr haben. Hier, warte. Hast du einen M4 gekriegt? Ah, nein. Ah, ich schmeiß rum mit die Dinger, Alter. Ich schmeiß einfach rum, die Scheiße. So, Radran hat das wichtig. Ne kleine Dings und ne kleine Bombs. Move it, move it. Ja, Mann. Komme. Ich pique mal. Pique mal, pique mal. Wie clear aus. Einer schon am Gabelstopp, ne? Warte, ah, was? Wo denn? Ah! Halt! Einer ist Boost. Boost, äh, minus 71. AWP. Einer, äh, bei der ist squeaky. Oh, jetzt war ich zu langsam. Einer noch am Gabelstopp, ne? War so aufgeregt gerade. Oh, jetzt. Geh mal mit, du mit der M4. Ich geh, ich geh, klar. Ah, ich bin bei A gestoppt. Bombs main, bomb. Ist main noch einer? Keine Ahnung, ich will nicht unbedingt piquen mit 15. Ja, aber. Skyrim, du bist alt? Skyrim, du bist alt? Oh, das war eins. Vier Steps. Ja, der, der zielt die ganze... Ja, der kommt. Ähm, wenn du willst, könntest du jetzt eigentlich rumziehen. Okay, Ripp. Ja, halt. Ja, lass die, ne. Spielt's. Lass ihn kommen, ich hab ihn. Wenn er kommt, hab ich ihn. Boah, scheiße. Nächst links. Hab ihn, ne. Flashbang. Flashbang. Okay, das war doch schon mal recht gut, oder? Ich kaufe ja mal kein Entschärfungskid, weil im Moment scheint es nichts Scharfes zu geben, was man entschärfen müsste. Von daher bräuch ich auch kein Entschärfungskid. Das Ding sprühe ich erst mal ein Hühnchen. Von vielen Hühnchen sprühen. Eigentlich kauft man sich immer ein. Ein Hühnchen? Don't be a loser, buy a defuser. Achso. Du hast natürlich recht. Oh, b, 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 b. B, b, b. Mindestens drei. Mindestens. Wenn nicht mehr so. Einer ist durch bei Vend. Hab ihn. Einer. Noch einer, noch einer. Bei A, keiner. Ich laufe um mein Leben. Das tut so manchmal geben. Geh mal in die Smoke. Och, Mann, Alter. Warum? Warum tust du mir das an? Ich bin so pro gerade gelaufen. Wer hat mich gehört? Da war noch einer. Los. Oh, noch einer. Der ist Highway hoch. Highway. Alter. Ich bleib noch auf B. Ja, ah. A plant. Schön. Ui. Was hat ein schönes Geld eigentlich, oder? Soll ich dir was kaufen, Kosi? Hast du ja, gib mir auch was. Was für eine große, eine große Waffe. Und wie so. Dankeschön. Okay. Let go and let your hair and let go, okay? Let your hair and let go. Ich peke wieder auf B. Let your hair and let go. Ich kann noch nicht mit. Achtung, Granate! Boah, zuvor muss ich schon von hinten kommen. Hier ist noch nichts. Ja. Granate, erfolgreich! Komm, lass es pushen. Danke, Trulli. Deine Waffe hat gerade für den Kill gesorgt. Hallo. Oh, das hat man jetzt gehört. Das hat man gehört. Hat der mir eine AK-740 mitgebracht? Nee, scheiße. Äh, squeaky, Tiro. Achtung, da kommt. War von hinten, ne? Oh, der ist clever, der ist squeaky. Warte, ich hab auch noch was. Ich hab auch noch was zum schmeißen. König, da kann man, ne? Ach, dann können wir da, ne? Ich weiß leider nicht von wo. Ich geh main. Oh, da war meine Maus wieder. Ich war zu hektisch gewesen. Main ist clear. Bin zu aufgeregt. Jetzt, äh, uns passt. Das ist wie beim ersten Sex irgendwie so. Ich fühl mich gerade wie beim ersten Sex. Ich spüren. Okay. Ich will gar nichts ausgeben von Granaten. Move it, move it, move it. Move it. Move it. Mann. Ähm. Mitte einer. Weeke einer und zwei Main. Weeke einer. Weeke down. Noch zwei Main. Ich hab dich gewusst, dass du da kommst. Und hab auf dich gewartet, weil ich hab... Wuh, wuh, wuh. Warte, ich hab was für dich. Bleib mal da in der Ecke. Komm, Achtung, jetzt hier. Und hier, nimm. Sind da beide drin? Bestimmt, Achtung. Ich smoke dir nochmal, dann ärgert das. Ja, gut. Na, in der Mitte? Oh, jetzt hätte ich beinahe was geschmissen. Ihr habt Schwein gehabt. Ich hätte beinahe... Ja, beide, beide. Mann, hör mal jetzt auf, die ganzen Waffen sind verrückt, alter Schwede. Was knallt ihr denn hier alle? Ist ja wie Silvester hier. Hat jemand eine AK-47 getroppt? Ja. Willst du eine haben? Ja, das wäre schön. Ich gebe dir eine. Oh, schön. Die kriegen gerade krass aufs Brett. Haben die doch tatsächlich was getroppt? Das ist doch gar nicht liebend. Luck and load. Gehen wir B? Komm, die gehen jetzt bestimmt nach B, weil sie gerade so mächtig auf die Schnauze bekommen haben wir bei A. So geht uns das manchmal auch. Aber wir gehen trotzdem weiter nach deinem, wo wir hingegangen sind. B, einer, vor B. Wirst du, geht schon los. War nur einer, ist zurück. Meine Mähen. Ich verschiebe nach A. Ich lasse mich drauf. waste. Ich lasse mich drauf. Ich lasse mich drauf. Flaschphone. Ja. No. Sorry. 990, Main. Mein Fehler. Main. Jetzt kommt er. Ja, der hat 10 ab. Main. Komm, Cosi. Ah! Gerade. Der rotiert auf B. Aber ich hab gewartet. Also, einer ist Wendt gewesen. Mist, jetzt hab ich das nicht mehr gelesen. Du bist irgendwas mit glücklich. Du bist glücklich, was? Du bist glücklich, was? Boah, was für den. 10 abgetort. Einer ist unter Heft. Schon City. Karoshini, schlaf schön. Trommerschein. Mist, jetzt hab ich das nicht gelesen. Irgendwas mit... Ich bin glücklich, was? Skyrim? Das hat mich geblüht. Nee, er hat gewartet, dass du von der anderen Seite kommst. Sehr schön. Boah, war ganz schön schnell defused, oder? Ich hab den nicht gesehen. Wo war der denn? Dave? Unter Heaven gewesen? Ist City gegangen? Also City... Nein, der war nicht City. Ich bin nach vorne gefallen. Also hat der von... Äh, nach hinten geflogen. Also hat der mich von Spot aus abgeknallt. Ja, Q6P90 hat mir gut geholfen, ne? Ja, läuft. Ist ja unter Heaven gewesen. Weil das hab ich nur angecoilt, weil ich ihn gehört. Ich hab alles gekauft. Ich bin ein Call, ich bin ein Call. Flowing smoke. Flowing blood bank, flowing smoke. Ach, komm. Mit 40 AP. 32 AP. Hast du die Smoke geworfen? Nein, hab ich nicht. Okay. War fair, ich konnte vor. Ich geh mit dir gucken. Äh, einer squeaky. Oh, schade. Wendt aufgeschossen. Ich hab mal ne M4 gekauft. Vielleicht hätt's geholfen. Wahrscheinlich auch nicht. Aber wir haben vielleicht mal rein. Naja, zwei... Hat mir bei A gestorben. A ist einer durch die Tür gekommen. Bei A. Ach, als Obkommen. Anspot schon. Boah, nee. A ist Bombe. Oh. Wer kommt rechts? Einer. Fuck. A. A, oder? A. Ja, da sind wir gerade alle gestorben. Ja, safe, safe. Du hast kein Geld. Was ist weg. Das ist die letzte Sonne. Ich kann mich unterstropfen. Yo, ich mach's sofort, warte. Dankeschön, hab schon. Go! Go, go, go! Go! Oh! An die Debut! B, einer. Achtung, A, Kontakt, Brandgranate. Oder waren wir die? Ne, es waren die Gegendation, Mainlings. Einer Boost. AWP in der Mitte, Passwort. Oh, die smogen ja alles. K.O. unterwegs. Sob der schon da war. Einer mit Squeaky raus. Komm, ich... Warte mal. Einer K. Zwei Main. Einer sie, raus. Schön. Letzte zwei Main. Ah, fuck. Da sind zwei Leute bei A hier in der Könnenbüse da drin. Genau, da hinten drin. Einer oben. Offen. Da oben. Biss, Hallöchen. Hier. Ah. Und einer Main. Uh. Fertig. Witz hat 68 Hit. Sehr schlecht. Ich weiß. Oh, ich muss pinkeln. Nein, abgelehnt. Abgelehnt. Du kneifst hier zusammen, Junge. Mal einen Knoten rein. Camp David abgelehnt. Oh, Alter. Das B-Gasen. Mit Hass. Jetzt haben wir einen guten Vorsprung, oder? Oder wie war das jetzt? Ja. Mehr oder weniger. Wo geh mal hin? Wo geh mal hin? B-Vollgast mit Hass. B-Vollgast mit Hass. Genau. Achtung. Juhu. Man, ihr habt alle voll die breiten Kreuze, Junge. Ihr seid voll die Truppe hier. Ihr seid voll die Truppe, Junge. Oben. Helfen einer. Down. Helfen noch einer. Jörger will nicht stehen bleiben. Plante für Wend. Einer Wend. Wer hat eigentlich die... Wer hat eigentlich Plante? Ich nicht. Helfen. Das sind alle angehebt. Alle. Oh, fuck. Cool, Mann. Plante slow. Pass auf, Kosi. Da sind welche. Alter Schwede. Komm, 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 komm. Oh, leckst ihn im Arsch. Nun stirbt er. Oh, 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 oh. Ich gehe für dich. Ja, der Diffuse hat noch. Wo ist man? Stell mal vor, du hättest ihn noch gemessert. Das wäre peinlich gewesen, oder? Das ist peinlich gewesen, dass ich ihn nicht getroffen habe. Stell mal vor, du hättest ihn jetzt noch gemessert. Das wäre richtig peinlich gewesen. Beim Diffusen gemessert wäre das echt pervers, oder? Ich habe halt eine Runde weggeworfen. Also das wäre richtig übelst pervers. Das ist voll peinlich. Danach geht man bestimmt erstmal weinen irgendwo, oder so. Ich gehe jetzt weinen, Alter. Wo gehen wir hin? Wir haben gar keinen Plan. Gehen wir A, oder was? Wir sind voll die Truppe. Ich liebe das denn mal. Wo soll ich hingehen? Geh. Geh einfach. Okay. Mitte down. Ja, ich liebe das so. Oh, fuck. Ja, mein Push. Schön. Ich liebe das so, wenn die Truppe so losläuft. Ich finde das immer voll geil, wenn die loslaufen. Komm, komm, komm. Blende, blende, blende. Ich? Warum immer ich? Die Bombe. Du hast die Bombe. Ja, ich bin die Bombe. Ich bin die Bombe. Achtung, ich blende jetzt. Ich bin die Bombe. Ich finde das immer so geil, wenn man mit der Truppe so losläuft. Das ist immer so voll diese Bruderschaft. Boah. Ich habe... Nein. Junge, Cheat, Cheat. Cheat, Cheat. Ja, ja. Cheat Exe. Ja, ja. Was die denken wegen Silber 4. Kommt da noch einer? Ja, da ist noch einer. Von wo kommt der? Ah, er hat Hit. 39 habe ich hingezogen. Plus City. Angriff. Achtung. Ja, ich schieße immer wie so ein Idiot auf die Leute und die stören einfach nicht. Die sind alle unzerstörbar, die Typen. Also das Match läuft ziemlich schnell, oder? Ja. Ja. Ja, danach eigentlich noch eins, ne? Ja, ich bin dabei. Hm? Noch eins? Ihr wollt ja so... Ich meine, ihr fordert das Glück ganz schön heraus, muss ich mal sagen. Ja, muss man doch, oder? Muss, muss. No risk no fun. Ich bin gerade. Man sollte es ausnutzen, solange es noch hält. No risk no fun finding. Ja, da ist noch einer. Ah, nein, nein, nein. Der ist schon durch die Tür gegangen. Ja, nein, nein. Whitebox down. Äh, Sandbags könnte noch stehen. In der Halle ist noch einer. Mann, der hat gar nicht so geschmissen. Ich sag immer, der schmeißt so und der schmeißt so einfach. Ich hab doch... Ey, hab ich nichts weiter? Ich hab nichts weiter. Scheiße. Ja, der kommt ab. Oh, der war irgendwie voll schnell, der Typ. Ich bin nicht so langsam, oder man? Und Zeit hat nen Hit. Tür auf. Mhm. Kann man mitspielen? Hab keine Lust zu Slice spielen. Klar, wenn du öfters vorbeikommst, kannst du mitspielen. Einfach öfters vorbeikommen. Und so, ja. Genau. Ansonsten kann ich dir erstmal hier... Nimm. Let's go. Let's go ready to rumble. Um links, um links, um links, um links. Ah, lol. Sorry. Kein Problem. Oh, eine Eko. B oder was? Eko halt, ne? Eko, also machen. Hinter dir liegt ne... Eko B. Also komplett Russian auf B, oder? Massensterben. Massensterben auf B, ja? Mhm. Okay. Beim Crossen springen... Ja, ohne Rauch. Mist. Mann, Alter, ich schieß genau auf den Vogel und der Tisch... Entfache ich meine... Nein. Ah. Nicht mal getroffen, das gibt's doch nicht. Hat der... Haben die jetzt angemacht auf der anderen Seite, oder was? Ne, ne. Ne. Was kaufen wir jetzt? Hier, jawoll. Jetzt, die wir wollen. Okay, dann nehm ich erst mal hier... erst mal drei Brötchen, und ähm... Kauf mir hier noch ne schöne Butterschrubbe. Move it, move it. Move it, move it. Mach' mal. Jo. Komme. Da. Ich mach' mal Tür-Action, okay? Ich geh' mal bei A Tür-Action machen. Damit rechnen die bestimmt nicht. Ähm... Eine AFB. Oh, die haben Tür gesmogt. Habt ihr die Tür gesmogt? Die haben die Tür gesmogt. Wirkt's von hinten. Äh, kann sein, dass sie Wind boosten. Die haben die Tür gesmogt. Ey, Junge. Side reloaded. Raus da. Mann, ich mach' ich bin immer voll am Mann. Ich hab' voll den Full-Kontakt. Sie und dort. Das ist okay. Ich hab' immer voll die komplizierten Kills. Und bei euch laufen sie direkt vor eure Knarre immer. Oh, geil. Wo kam der denn hier? Leider geil. Du kannst hier. Na ja, da oben. Da hat der sich da oben. Na sag' mal. So ein Frechling aber auch. Kann ich ihn mit AK legen? AK? Jetzt nicht mehr. Jetzt, äh... Es ist zu spät. Kannst du kaufen, Google? Ja, ja. Ich kaufe hier. Ich hab' hier ohne Ende alles. Oh, lol. Die Smog ist richtig scheiße. Danke, Drulli, der Nachfahrer. Hallo. Hallo. No, noch einer B. Aave. Ah, noch ne Aave, B. Oh, nicht Aave. Aave ist nicht schön. Das mag... Das will gar keiner ne Aave. Über Mitte zu B. Ja, ich würd direkt B jetzt. Direkt B. die a was kommt ab geht ihr mal b ich bleib hier ok doch sein kopf geht nicht event ab sondern doch jetzt schon ja jetzt angeschmiert links links ja ja woher hat der gewusst dass ich da bin weil du seinen kollegen getötet dass ich da in dieser ecke stehe ich hätte überall sein alkohol hat mich nach lange habe ich nachgeladen die oder das was wir stehen wir hätten aber einfach mal offen stunden Hüüüüüü, hüpf! Ohhhh, rein gehts! Action, schön, 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 planten. Ja komme, 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 Herr Doktor ich komme. Ich plant die Bombe, man geplantet, richtig! Ja da kommt einer, mir ist neunzwanzig. einer helfen und einer t hochmann ich dachte da ist ich dachte einer ist ich habe es gar nicht aufgepasst das ist er wird jetzt geschlafen hier ich nehme die abp ich nehme die abp ich dachte b wäre mal so extrem gewesen so extrem sportmäßig ja ich komme vom mittel wie gehen wir doch einer bieter okay das begin die letzten beiden sind auf abg b plant alle traut sich die jägerin er ist die jahre die jahre die jahre da kann mich einer husten klar ja wo denn da hinten bei den da irgendwo bei ada genau da bei ada gehen wir mal zum husten hin hier was hier meinst du ja 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 genau hier husten wir mal ach Allah danke die pushen die pushen ja komm wo pushen sie denn na Mist die pushen B okay ich bleib hier sag mir bescheid wenn sie fertig sind beim pushen okay ist klar warte mal ich muss mich beeilen wenn die B kann ich A rushen nein ja ich kann A einfach rushen unschlecht ich habe gar nicht die bombe ich habe gar nicht die bombe man ich bin auf A und ich habe die bombe nicht scheiße man ich fahre so gut ich habe alles verkackt ich bin ich bewege mich irgendwie ziemlich laut kann das sein ich habe den laden gehört wo ist er kommt links gleich GT kommt links ja er vom kreos ja vorsicht da da fehlt noch einer wo ist der andere bei der bombe wahrscheinlich ach bei der bombe toll wie soll ich denn den jetzt töten was mach ich jetzt voll das schaffst du das ist deine runde jetzt du musst schnell machen du musst schnell machen ja ich mach schnell ne nicht und spot habe ich noch was zum schmeißen ja meine Waffe fertig jetzt musst du aber richtig schnell machen ich weiß gar nicht bitte ja ja beim vent glaub ich ich seh ihn nicht wo ist er denn da irgendwo da drinnen jetzt solltest du nicht gerade ja hat der mich von hinten verfolgt oder was ne der hat einfach am vent gechillt sondern keine eco am vent oder auch nicht kein eco nein nicht schlimm ich kann nichts ohne auch kaufen kannst du mir eine diegel oder sowas legen bleiben ich hab ja gar nichts mehr warum kann ich mir nichts kaufen ja weil du nach der zeit gestorben bist dann kriegst du auch kein geld ja gemein ich war so viel also ein vielversprechender terrorist und das habe ich gerade kein geld oh ich bin aber auch voll das opfer oder ich bin voll das opfer meine damen und herren ich bin das opfer ja Mitte kommt schön ach komm ach komm ein anderer mein drei ja 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 jemand zu hause guter morgen du hast so viel lärm gemacht der wusste genau wann er um die ecke kommen sollte du hast so regelmäßigen lärm wahrscheinlich gemacht kaufen ja kaufen jawohl kaufen ja kaufen kaufen wo gehen wir hin ja 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 weh pushen weh pushen ok weh pushen ich smock cross hehehe hehehe Alter wir sind voll die Tiere wir sind voll die Tiere wir sind voll die Buddies hier wir sind voll die Buddies hier wir sind voll die Buddies wir haben alle ausgebucht seit über dem Kopf owa was ist denn jetzt los die schießen durch die Wolken das ist völlig verwurten eigentlich seht ihr es gesmockt heaven 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 flash nein die kommt zurück oh gut das war wohl ach man ich hab heaven einer ich hab null Reaktion dran oder hab eigentlich schon bestanden ah nein halt's ab ich hab schon neuner gekillt wann hab ich die denn alle gekillt man einer hat nur noch die Hälfte und naaa au echo oder die ganze freie Zeit die ganze freie Zeit die ganze freie Zeit die ganze freie Zeit ja was willst du doch sonst anders machen weil hier hängs halt bei Hypnose Voltron was willst du machen was das ist einfach so so komm ich mach mal ein Pistolen-Loof gerade ich glaub ich bin grad nicht so ernst bei der Sache glaub ich ich bin irgendwie nicht so richtig bei der Sache ich fühl mich halt gut Achtung boah immer diese Smokes ja doofe Smokes doofe Smokes oooh böse einer kommt einer kommt von hinten was ja einer der ist wieder zurückge- eine Mitte eine Mitte eine Mitte eine Mitte gelb hinter dir ab ihn Mitte down oben 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 ist das jetzt ist B da wo ist er okidoki warte ich wollte mir noch die A ja das war ein bisschen schief gelaufen ja haben die alle keine Ränge oder was ist das ja das dauert ein bisschen warte kurz jetzt kommt das nach die EPM genau jetzt ne jetzt ok ja doch als ob alles Smurfer oder was Silber 4 läuft bei denen das waren doch keine Goldmower 4 Spieler oder nein ne nicht wirklich Smurfer bestimmt ja geht noch ne Runde oder was ist mit also ich wär dabei ja ja einmal einladen bitte einmal Cash raus und ich weiß nicht aber wir haben ja nicht ein bisschen viele dann spielen wir noch eine so oder spielen wir noch eine so oder spielen wir noch eine so und dann mach ich da mach ich LS 17 also oder 20 oder LS 17 20 also Cash war doch nicht so schlimm ich geh nur eben auf Toilette dann machen wir nochmal gib mal Toilette ich hab alles hier ich brauch nicht ok bis gleich dann mach mal eine ohne Aufnahme dann mach mal eine ohne Aufnahme ja und dann werd ich dabei silber oder sowas ich seh schon gekommen äh oder auch nicht vielleicht wir nehmen sie besser auf man kann ja nie wissen man kann ja mal aussortieren man sucht sich einfach die besten Games raus und hochladen ja man obwohl die waren jetzt alle gut gewesen ich hab mal lauter gute Gaps gemacht fast schon zu gut oder fast schon gruselig gruselig zu gut sehr mysteriös alles hier ich kann nur hoffen ich kann nur hoffen dass wir keinen Cheat an unserer Gruppe haben ansonsten werd ich wahrscheinlich bis auf Null gerankt oder so keine Ahnung ich werd dann auf Null gerankt naja so ja dann machen wir noch eins nimm mal das nächste lieber auch noch sicherheitshalber warte mal Sound muted so das heißt hier die YouTube Leute vielen Dank fürs Zuschauen das ist das dritte Game was wir aufnehmen waren gute Games bis jetzt waren gute Games so meine Nachanalyse meine Leistung war ich bin grad irgendwie gar nicht so aggro so ich bin so richtig so niedlich ich bin so irgendwie so ich fühl mich grad so süß irgendwie so ich hab mir nicht wirklich ich bin eigentlich schon ganz gut aber ich glaube da geht ich glaub ich könnte noch ein bisschen also von meiner Leistung hab ich das Gefühl von eins bis zehn hab ich wahrscheinlich also treffermäßig eine Eins gespielt so aber so von den Effekten her war ich bestimmt auf eine Fünf also so mit Granate schmeißen und so ein bisschen so aber ich hab das auch diesmal gar nicht so eng gesehen und mir hat so ein bisschen der Biss gefehlt also dieses Blut lecken wenn der aber ich meine ich ich fand mich ganz gut also nee aber so auch nicht aber ich fand mich süß ich fand mich süß irgendwie so ist das auch ein Rang? mein Rang ist süß das ist auch ein Rang oder? also mein Rang war in diesem Match war mein Rang süß kann man sagen so ist ja auch ein Rang irgendwie so Aufnahmeband ja 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 Psychiatrie Psychiatrie ja deswegen hat ja vorhin so ein Psychologe gesagt der hat ja gesagt die sind alle verrückt hier alle verrückt bei Hypnisfold alle verrückt alle Psychiatrie ist toll oder? ja Gummizelle Spaß haben hüpfe 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 und so wo hast du sowas? draußen nicht versuch mal draußen gegen die Wand zu springen machst du Auer Kopf hast du Beule nachher aber hast du Gummizelle kannst du schön springen ja vergessen die immer Psychiatrie gut gibst Medikamente kannst du mal gut schlafen ja draußen nix Medikamente musst du bezahlen Apotheke ja 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 so Abflug bald dann ist schon eine Zeit gewesen ich muss hier arbeiten auf raus sicher haben ONY auf Vielen Dank.